Hallo zusammen und willkommen hier für eine neue Folge von, äh, was machen wir? Ähm, Mario Mal, von der neuen Folge Mario Mal. Nicht Spaß, Leute, wie spürt ihr hier nach lange Zeit wieder etwas Richtung Heidens Sieg? Denn wir haben schon einen Entweder-Sieg vor Ewigkeiten gemacht. Und Leute, seht ihr diese riesige Map hier? Komm mal, ihr habt hier auf dieser Map, das ist auch so ein Dings, so ein Thinking-Emoji. Das ist ein Emoji. Leute, wie spürt ihr Pizza Heidens Sieg? Das heißt, hier ist eine riesige Pizza und ich würde mal sagen, ich bin Heider hier, ich bin Verstecker. Ich bin der Sieger. Dann bin ich auch ein Heider. Wir müssen noch in verschiedene Richtungen gehen, oder nicht? Ja, ja, wir sind zwei Ameisen-Zirm und Tops gleich der Suchraum. Äh, was ist das hier? Das ist eine riesige Map-Shop. Oh, das schleidert nicht rüber. Wir sind überall so Pisten. Hier sind so Pisten-Dinger, die dich wegschlagen. Okay, okay, warte, ganz kurz. Das ist voll cool. Warte, warte, Tops kommt in der Mitte. Okay, also wir müssen uns hier verstecken und irgendwo... Okay. In der Mitte kommt Tops und wenn er uns findet, dann sind wir tot. Okay. Was muss er machen? Muss er uns fangen oder muss er uns... Nein, du siehst mich nicht. Hopp! Nein, 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 nein. Okay. Oh mein Gott. Ich werde Flo jetzt direkt jagen. Nein, 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 nein. Wirst du nicht. Ronja, ich bin bei dir. Lauf weg. Er kommt, er kommt. Warte. Was? Er kommt, das ist nicht gut. Wir müssen hochspringen. Wie komme ich hier hoch? Ich habe andere, andere Pläne. Ich pläne. Oh ja. Oh ja. Wo ist es? Ah, die Pisten, die gemeinst du? Das sind die Pisten, die gemeinst du? Ja, mit denen kommst du weg. Okay. Pass auf, er kommt, er kommt, er kommt. Lauf. Keine Sorge. Ich bin in einem unterirdischen Schacht. Oh mein Gott, du bist echt irgendwo in einem Schacht. Okay. Okay. Verdammt, ich habe mich erschreckt. Alter. Sorry. Wie so ein Film schreit. Ich sage doch, ich würde Schreck haben. Das tut mir leid. Oh mein Gott, Alter, was gerade passiert? Ich bin hier einfach hinterher gelaufen. Ja. Ich habe mich gefunden und dann hat sie einfach geschrien. Freunde, du musst jetzt auch mit suchen. Das ist nicht super. Ich werde mich nie finden. Ich weigere mich, mit Tops in einem Team zu sein. Ah, der schreit. Oh Mann. Ich werde mich nie finden. Alrighty, hast du kein Feuerwerk? Willst du kein Feuerwerk machen? Ich habe ein Feuerwerk schon gemacht. Mach doch mal ein Feuerwerk. Wo ist es, dass ich da bin? Jetzt ist Tops Meider. Auf geht's hier. Und Ronja, das ist super, oder? Bin ich super. Ronja, das ist Wolf. Jo, me, me, me. Hey, auf geht's, Tops. Nein. Okay, du bist da hinten. Okay, alles klar. Ey, die Möpfe ist eigentlich richtig witzig. Wenn sie wieder gefunden wird. Ne, wenn sie mich dann findet, weißt du? Ich glaube, wenn Ronja jetzt mal Sucher ist, ich glaube, da haben wir es ja relativ einfach, oder? Ja, eigentlich schon. Oder Ronja, haben wir es einfach und es schwer sagt, du uns das? Oh, das kann ich mir nicht sagen. Vielleicht ist es einfach, vielleicht ist es schwer. Hast du irgendwelche speziellen Items, Tops, gehabt als Sucher? Ne, 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 habe ich nicht gehabt. Ach, sehr blöde. Ach, von der Seite, ich verstehe es, warte mal. Ne, 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 ne. Doch, doch, von der Seite musst du rauf, ja. So. Ich habe gefragt, warum ich dich irgendwie festhalten kann an der Leiter. Oh, Ronja, sehe ich hier irgendwas wuseln. Ja, man schießt, glaube ich, unsere Namen auch, aber deswegen müsste es nicken. Tops, komm, 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 da oben. Alles klar, Sushi. Also, ohne diese neuen Kläbler, so. Ich bin einfach versteckt, wo man mich runde, was ich nicht finde gehört. Alter, ey, selbst wenn Ronja mich findet, will mich... Ich habe dich schön gesehen. Ich kann einfach zu mir kommen. Ich bin zwar oben. Der schrei. Oh, Mann. Ey, warte mal. Ey, du, so bist du. Oh, ich sehe dich. Du siehst mich. Du siehst du, du weißt, wo ich bin, findest du mich. Okay, geht's nicht weiter? Doch, du bist du. Das ist ein bisschen das Problem. Ich bin versteckt in einem kleinen Raum. Ey, mir fällt auf, ich könnte hier richtig viel versteckt machen. Das ist mir cool. Ey, ich mache es mir noch nicht so schwer hier. Ich mache mir nicht. Oh, war da jetzt. Jetzt sprach ich nicht runter, weil ich habe mich runter. Hey, Flo, sag mal, was warst du hier denn? Nein, äh, ich gehe auf dem Bisschen Dings. Oh, verdammt er nicht. Oh nein. Okay, weg, weg, weg. Oh, wieso komme ich nicht an diese Leiter? Ja. Ich will an die Leiter. Oh mein Gott. Ähm. Oh mein Gott, ich schaff's nicht. Hey, wo? Ach, du bist da ganz schön. Ich habe versucht, die Leiter hoch zu cashen. Okay, warte mal. Wo bist du? Gib einen Tipp. Äh. Ich soll mal keinen Kühlschrank rein. Ach, nicht, dass ich da drin bin, aber. Nein, nein. Also, ich habe eine verrückte Vermutung. Jetzt gehst du gerade hoch auf das Holz. Ja, ich mache mir jetzt einen besseren Überblick hier. Das ist korrekt. Jetzt schaust du zurück. Äh. Jetzt drehst du dich in Richtung, äh, ziehst du mich, aber jetzt ziehst du mich wieder nicht. Okay. Ich gehe gerade in deinem Blü... Äh, jetzt nicht mehr, jetzt schon. Jetzt bin ich in deinem Blickfeld. Okay. Oh, du bist da drüben. Äh, nein, bin ich nicht. Soll ich eigentlich das Feuerwerk mal platzieren? Äh, platzieren mal, platzieren mal, machen wir. Äh, doch, du musst, das ist die Regel. Äh, das ist keine Regel. Du musst doch, du musst platzieren das Feuerwerk. Doch. Ist auch, beendet hat ein Sieg. Oh nein, das. Ähm, nein. Oh, hallo, Flo. Denkst du, du bist ein Sicherhalter? Nein. Nein. Oh mein Gott, ich habe einen Tops genommen. Doch. Nee, ich wurde gefunden, oder? Du hast gefunden. Nein, ich bin auf der Suche. Okay. Der muss jetzt nur noch Tops finden. Okay. Ähm, Tops, du bist dumm? Der muss Feuerwerk machen, habe ich gehört. Ich glaube, wir kriegen die nächste Umreiter. Einmal ein Respawn. Ja, ich wollte auch... Ja, aber mich nicht scheinen, oder? Ich glaube, bei 100 Sekunden ist es übrig, kriegen wir eine Art Item, wo wir Tops finden oder irgend sowas. Oh, okay, das ist gut. Du bist was, wir enden mit einem Sieg. Alter, aber du kannst ja übelst hoch sprengen. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt hier runter. Ey, du bist, du bist, du bist, Tops, Stinkgegefüße. Oh mein Gott. Alter. Ich erkundige, glaube ich, die Map ist übelst nice. Die wäre das wiese. Hier, also, Versteckraum. Ich könnte mich jetzt so gut verstecken, ist unfassbar. Tops, gib mal einen Tipp, sonst ist es langweilig. Wo bist du? Ich bin auf der Map. Tobias! Tobias! Okay, hier unten ist er nicht. Tobias ist von dem Tops. Tobias ist von dem Tops. Hier ist Tops. Hier ist Tops. Bei der Mitte, Mitte bei der Pizza. Wo ist er? Mitte bei der Pizza hat den Pisten benutzt. Ich bin mit der Herr. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ich bin... Weil ich habe auch ein Pisten. Oh mein Gott. Ja, Tops, wir werden nicht haben. Wir werden nicht so was von. Und dann werden wir nicht backen und da müssen gegessen. Dann, auf geht's. Easy. Einer! Solo. Ich muss schon sagen, aber ey, die merken mich übelst nice hier. Ich habe noch gar nicht alles erkundet, wo man überhaupt hin kann. Ja, es gibt super viel. Fluch, Kind, die Spielregeln vom... Freunde, komm mit, ich komm mit, Ronja. Ich zeig dir jetzt... Okay, warte. Ich folge dir. Sie tobt uns. Nee, sie tobt uns gar nicht. Nee, 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 ist ja noch... Bleibnis. Du bist bleibnis, okay. Freunde, komm mit. Ich zeig dir das Beste, ich muss hier vorsichtig sein, weil ich habe letztes Mal... Schnell, wir haben noch ganz wenig Zeit. Hier, komm mit. Okay. Oh nein, warte, jetzt wollte ich nicht. So, da musst du drauf. Okay, schnell 10 Sekunden. Oh mein Gott. Warte, komm, bist du da? Oh mein Gott, ich bin untergefallen. Ich bin untergefallen, ich bin untergefallen. Ist nicht stimmt. Komm mal ganz schön hoch. Ich helfe dir, warte. Ich helfe dir nicht, er weiß. Nein. Wo soll ich dir mal helfen vielleicht? Nein, ich bin gar nicht bei dir. Das ist mir wirklich nicht. Ey, wo bist du? Ich bin hier. Hä? Fangen wir zur Rückzug? Ach, Leute, du bist in der Mitte. Oh, Ronja, du bist so tot. Ich seh dich grad. Ich bin nicht tot. Aber Ronja, na? Schweigen runter, dann krieg ich dich nicht. Okay. Alles klar. Ich werde gewinnen. Okay. Was ist denn los? Ihr werdet mich nicht finden. Und wenn ihr mich doch findet. Aber Flo, weiß ich nicht schon, wo du bist? Nein. Ronja, das ist verboten. Ronja, los. Aber habe ich nicht gehört? Ich weiß. Danke, Sport. Ah, Moment. Ich kann dir nicht helfen. Ich weiß nicht. Ronja, das war nicht gut genug. Weil mein Movement ist leider sehr, sehr... Ähm... Ronja ist nicht sehr agil. Doch, ich bin ein sehr agiler Mensch. Äußerst agil. So, gar kein Problem. Dann muss ich jetzt nur noch... Du bist ja auf, mir hinterher zu rennen. Ja, wo ist denn Flo? Du weißt, aber Flo ist. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Nein. Das bin ich gar nicht. Das ist ein Doppelgänger. Ah, danke. Das bin ich nicht. Doppelgänger, Doppelgänger. Stimmt gar nicht. Oh mein Gott. Nicht weg. Wer dich kriegen. Na, na, na. Nein, nee, das ist nicht klar. Auf geht's hier. Neue und neue ist. Okay. Ich muss jetzt hier... Ey, warte, wer ist das hier mit mir? Wer ist mit mir? Ich bin mit dir. Okay. Ich kann man da rüber eigentlich? Vielleicht ist hier ein Pisten, der... Ach, Leute, ne, topst da drüben. Okay. Okay. Ich überlege, die Map ist nicht so unglaublich riesig. Ich muss mal schauen, wo man hier rein kann, wo man nicht gefunden werden kann. Ich meine, man könnte eigentlich so richtig brutal mies irgendwo campen, aber das würde ich nicht machen. Warte mal. Kann man hier vielleicht irgendwie... Das habe ich vorhin in notgetrungener Weise gemacht, weil Ronja... Ja, man kann... Ey, man kann richtig brutal campen, aber... Ich würde sagen, wir machen erst Regeln. Man muss sich halbwegs bewegen, weil sonst wird es relativ langweilig. Oh, ich habe Doppelgänger gesehen. Ich habe Doppelgänger gesehen. Ja, ich habe Doppelgänger gesehen. Aber ich muss ein bisschen... Nein, hast du nicht. Das war Ronja. Du hast Ronja gesehen, das war nicht dich. Bist du im Kühlschrank? Äh, nein, ich bin gerade... Nein. Nein. Bist du im Kühlschrank? Nein. Sagen wir mal, man muss die Feuerwerke benutzen, sonst ist es langweilig. Äh, man muss die Feuerwerke benutzen. Ich glaube sogar, dass die... Ah, Seeker oder irgendwie... Dass man da einen Bonus kriegen kann. Warte mal, kannst du hier... Also das Ding ist, wenn du die Feuerwerke benutzt, dann ist die Zeit 10 Sekunden weniger für denjenigen, der sucht. Oh mein Gott, Ups, du kannst mich hier nicht kriegen. Ich bin literally zu gut mit Bakugeln fortgeschritten. Oh mein Gott, Alter. Literally unwirderable. Hast du irgendwas, wo du hochspringen kannst? Ja. Ne, oder? Wirklich? Kannst du wirklich hochspringen? Lila, hast du damit keine Springen. Oh mein Gott, ja, normales Springen, aber nur. Warte mal. Komm ich hier rüber? Oh mein Gott. Ey, was, wie kommst du gerade? Und du kommst nicht zu mir, oder? Ja, doch. Ne, Ups, komm ich zu mir. Ich sag, ich hab gewonnen. Äh, soft? Ja. Ich hab sowas von gewonnen. Ne, Ups, kommst du nicht hoch? Oh. Nein! Ey, kommst du. Also ich muss sagen, rein mathematisch gesehen... Oh nein, warte. Hey lol. Was? Ich hör hier geräusche. Ich fühle mich unruhig. Also wirklich, ich hab alles im Jahr abgesucht. Die ganze Möp hier. Wir haben 40 Sekunden, wo ist Ronja? Ja, ich hab das mich gerade gesehen, oder? Nein. Nein! Ich war wieder zu... Tops, wo ist Ronja? Weißt du das? Keine Ahnung, wo ist sie denn? Ich glaub, sie ist da unten. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ist sie so toll. Wo ist Ronja? Ich kann hier nicht raus. Ich bin hier hartstack. Nö, hier ist sie nicht. Tops, ich weiß nicht, wo Ronja ist. Hör auf! Fluch! Hör dich. Ah! Lol! Was? Ich räche mich! Was hast du gerade gemacht? Ich hab gehauen. Ich überlebe, ich gewinn das. Hör! Nein! Wie hast du mich gerade so ultra weggeboxt? Du hast Knockback auf deinen Schlägen. Ernsthaft? Ich hab das nie benutzt? Alles klar, ich hab jetzt noch einen Plan hier. Du hast einen neuen Plan. Okay, Schritt 1. Okay, Ronja? Du fälschst schon mal nicht den Parcours. Okay, das ist... Hör her, aber ich letztes Mal auch nicht gemacht. Ich glaube, ihr habt letztes Mal historisch gefallen. Lass mal, okay. Machen wir was? Kann man hier... Okay, ich folge dir. Hier ist meine Tür. Bist du bei mir? Ja, ich bin bei dir. Du musst da rein. Hier rein, hier rein, hier rein. Okay, okay. Aber schau mal, ich suche mal über die Tür. Warte, hier ist keine Tür. Doch, hier oben. Oh, okay. Geh rein, hier rein, hier rein. Oh nein, ich muss raus. Okay, ehrlich, was anderes? Okay, bleib hier. Okay, bleib hier. Ich glaube, ich kann vertopste sein, weil der ist relativ... Hahaha! Richtig langsam. Okay, ähm... Keine Waschmaschine. Doch, du musst nur... Ja, ich hab grad ein Ultra Secret gefunden. Ähm, okay. Da kann ich mich verstecken, wenn Tops mich sucht. Aber... So, jetzt hab ich auch gefunden und dann kam ich nicht mehr raus. Und dann war ich hartstuck in so einem kleinen Bloop. Und ich kam nicht mehr raus. Nein, ähm... Ehrlich, das ist richtig fertig. Äh, egal. Ähm, Tops, ich bin eine Waschmaschine, wenn du mich suchst. Ich seh dich sogar. Aber du bist relativ weit weg von mir. Okay, ich versuch mir jetzt ein neues Versteck. Weil... Obwohl, warte mal über mich. Ähm, bist du noch in Codename... Ich bin noch in Codename... Bist du über mir? Ähm, ich mach mal mit Feuerwerk. Warte, hier auch. Ah, da seid ihr. Ihr seid beim Kühlschrank. Ähm, nein, sind wir nicht. Oh, Ronja, doch hier. Ah, ich weiß das ja. Ah, danke Ronja. Ich weiß, wie das... Ähm... Gerne. Hallo Ronja. Nein, okay. Ähm, das war's. Ronja, GG. Ab hier werde ich mich nicht finden. Warte mal. Ich werde es nämlich... Oh mein Gott, warte. Stopp. Ich glaube, du weißt so Flo ist. Nein, nein, wirst du nicht. Nein, warte, warte. Moment. Nein, ich bin nicht da. Okay, warte mal. Ganz ruhig. Es gibt ja hier noch alles Schönes. Wer ist das? Richtig Ron-Dolf. Ron-Dolf, hier ist niemand. Oh, das ist ja... ...gestorben. Was? Richtig gestorben? Als Sucher? Alter. Oh mein Gott. Aber du bist Entsucher nie wirklich tot, deswegen ist es nicht schlimm. Okay. Ey, habt ihr einen High-Jump oder irgend sowas? Nee. Nein. Aber das finde ich die Pressure auch viel. Ich werde doch nicht mit erhobenen Händen rauskommen. Du hast keine Chance gegen mich. Genau, erheb dich mit erhobenen Bänden und so. Nein, ich werde nicht meine Bände erheben. Warte mal. Loll. Ach, Leute, ich könnte nur mit denen springen. Aber habt ihr eine Fähigkeit, wo ihr höher springen könnt oder so? Äh, nee. Das ist ja gut. Nein, Tops. Was? Du kannst da rauf? Ähm, nö. Nö. Tops, ich bin gar nicht da. Äh, dem. Hauptsache, Ronne ist hier irgendwo. Ich bin, ich bin hier auch auf der Suche. Ah, nee, warte, ich habe mich gefunden. Nein, hast du nicht? Doch, ich hätte mir ein Lied, ja? Du kannst mich doch finden, aber du kannst mich nicht grillen, okay? Doch. Nein, Floor. Nein. Warte, muss ich nur noch? Ja, ich bin auf dem Weg. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Diese Leitern in der Luft, die sind echt nicht mein Freund. Bin ich ganz ehrlich. Äh, wo bist du, Floor? Äh? Nein. Warte mal. Okay, warte, warte, welche Richtung war das? Die Richtung war das. Oh mein Gott. Gehs hier runter. Au. Okay, ich bin jetzt hier unten angelangt. Loll, es gibt hier ein Dings. Es gibt einen Hühnerbraten im Kühlschrank. Bist du im Kühlschrank, ha? Nein. Nein, ich bin nicht im... Oh mein Gott. Ich habe mir richtig geiles versteckt, muss ich sagen. Der Hühnerbraten ist da hinten. Das heißt, ich muss jetzt einmal nach da hinten. Bastisch. Hegen. Nein, 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 nein. 30 Sekunden. Okay, ich glaube, ich kann das machen hier. Glaubst du? Ich höre euch richtig laut sogar. Ich komme. Floor ist hier irgendwo in den Näher. Bist du wieder beim Wasserhahn? Nein, nein, ich bin in den Näher. Komm, pups mal. Los. Ah! Ich komme gerade... Ich habe Angst, jemand von euch die Axt hier einschlagt. Also mit der Axt hier meine Wand. Und dann schlagt. Ja, ja, ja. Yes, Dani! Okay, ich komme mal raus. Ja, genau so war ich. Okay. Ich bewege mich übrigens. Ja, ich bin gerade nicht am Stehen und am Campen. Okay. Cool, lol. Ich bin schon wieder... Ich sage, das Grüne kann ich vielleicht. Nein, nein, nein. Und der ist Ultramanier. Ja, ich habe gewonnen. Guck mal, wo ich war. Wo warst du? Hier drin. In der Mitte. Du kannst ihn beim Spot. Ja, da war ich auch schon mal drin. Aber... ...die Wann hat er sich E-Mails zusammengeschritten. Ich weiß, er hat in dem... Ach das? Das war das, wo so eine Tür war. Okay, das heißt... Ja, egal. Ich würde sagen, es war es für die Folge. Für die Folge, hau rein, lass den Abloch da. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon bei den beiden vorbei. Und ciao. Lotto! Lotto!